Ja, bei mir jetzt Sebastian Krube. Ich denke ein relativ bedienter Sebastian Krube. 1 zu 6 gegen Wiesbach. Sicherlich keine schlechte Mannschaft, aber so hast du dir die Generalprobe sicherlich nicht vorgestellt, oder? Ich glaube, so stellt sich keiner die Generalprobe vor. Es war heute einfach ab der 20. Minute, glaube ich. Wir sind ganz gut reingekommen, aber ab der 20. Minute war komplett Ausfall bei jedem Einzelnen. Und ja, stellt man sich anders vor, ist aber jetzt leider so. Wie erklärst du dir das? Das ist schon Lampenfieber vom ersten Spiel, aber dafür habt ihr eigentlich zu viele erfahrene Spieler, um jetzt da so zu reagieren. Sonst ist es ja gut gelaufen in der Vorbereitung eigentlich. Ja, die Vorbereitung war absolut in Ordnung. Die Trainingseinheiten, die Spiele, das war okay. Wir haben unsere Tore gemacht. Im Defensivbereich müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Und so Tage wie heute, die passieren. Die passieren mal. Die dürfen nicht passieren vom ersten Saisonspiel, aber es passiert. Und wir haben aber, glaube ich, von den Charaktere eine gute Mannschaft, sodass wir uns die Woche wieder aufbauen und nächste Woche, wenn es gilt, auf dem Platz stehen.